Das heisst hier ein Stück für das Leben, ein Chass-Stück. Zugeben, ich sehe eure entgeistretten Gesichter, es klingt nicht nach Jazz, aber jetzt kommt es. Jazz, das ist Lass. So viel Jazz gehört ins Programm, sonst ist es Kass. Mit Jazz kannst du auch total den Lappen greifen. Das ist doch gleich. Es ist halt Jazz. Bei Jazz ist wichtig, dass es sich nicht riecht. Wenn sich das riecht, dann ist es nicht mit Jazz, sondern total... ...misch. Und dann gehen wir aufs Kösti, wello. Elisa, das ist Lass. Jetzt spielen wir Jazz. Hinter der Bühne lassen wir Chass. Und ich denke, das ist schwierig, das ist das nicht riecht. Bei Jazz gehört das Solo 3. Das dauert mindestens 50 Minuten und davor war ich reing. Bis zum nächsten Mal. Das ist das nicht so gut, dass ich die Ausstellung schreibe. Das ist doch gut. Ich bin so gut, dass ich nicht riecht habe. Wenn ich die Ausstellung schreibe. Als ich die Ausstellung schreibe. Ich bin so gut, dass ich mich nicht riecht. Aber ich bin so gut. Und ich bin so gut, dass ich mich nicht riecht. Mund zur Pause Oh das ist Chance Der Schluss im Jazz ist auch total wichtig Die Leute können nicht wissen, yeah, ist es jetzt fertig Die Leute können nicht wissen, ja, ist es jetzt fertig Oh das ist jetzt